Das ist Herr Sonnenschein. Als Personal an einem mittelständischen Unternehmen investiert er viel in die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter. Um als Arbeitgeber noch attraktiver zu werden, möchte er sich dies durch ein aussagekräftiges Arbeitgebersiegel bestätigen lassen. Doch Arbeitgebersiegel gibt es wie Sand am Meer. Welches ist das Richtige? Herr Sonnenschein erfährt von Siegeln, die einzelne Aspekte wie Familienfreundlichkeit prämieren. Andere Siegel sind nur regional oder auf eine bestimmte Branche ausgerichtet. Es gibt Siegel, die Studierende nach Wunscharbeitgebern fragen. Hier gewinnen meist bekannte große Unternehmen. Der Mittelstand geht dabei unter. Er findet Siegel mit einfacher Prüfung, also ohne Garantie, dass vom Arbeitgeber gehalten wird, was das Siegel verspricht. Und es gibt Internetplattformen mit mehr oder weniger systematischen Arbeitgeberbewertungen durch Mitarbeiter. Doch dann findet Herr Sonnenschein Topjob. Topjob wirkt bundesweit, ist branchenübergreifend und prüft alle Bereiche, die für die Bewertung der Arbeitgeberqualität relevant sind. Es ist unabhängig und sehr glaubwürdig. Mehr noch, Topjob gleicht nach einer wissenschaftlichen Methode die Maßnahmen mit ihrer Wirkung ab und dient so dazu, die Personalarbeit zu verbessern. Das spart Ressourcen und macht den Arbeitgeber noch attraktiver. Jetzt mitmachen bei Topjob, dem verlässlichen Siegel für ausgezeichnete Arbeitgeberqualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017